Ich begrüße euch Freunde auf meinem Kanal, Hungriger Mann. Heute werden wir ein interessantes Fleischgericht kochen, das eine interessante Geschichte hat. Es heißt Gurken in Tiraspol. Da dies meine Lieblingsstadt ist, da diese Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, sehr interessant ist, werde ich versuchen, dieses Gericht mit Ihnen zuzubereiten. Lasst uns anfangen. Dafür haben wir die einfachsten Zutaten. Schweinefilet, Gurken, Zwiebeln, Karotten, Gewürze und gute Laune. Wir fahren los. Nun, zuerst haben wir ein Stück Schweinefilet gekauft, ungefähr 1,3 kg hat es bei uns bekommen. Wir fangen an, es zu schneiden, wie wir es für normale Stücke tun. Wir schneiden in kleine Stücke, die wir später schlagen werden. Es schnitt gut, aber es musste einige Anstrengungen unternommen werden. Dann nehmen wir einen Hammer zum Abschlagen und schlagen ihn auf beiden Seiten vorsichtig ab. Als ob diese Gurkenherstellung eine interessante Geschichte hätte, dass sie in den 20er Jahren, in den späten 20er Jahren, in einem der Restaurants eine Hochzeit bestellt haben. Und der junge Koch kochte, hatte es sehr eilig und kochte sehr viel Fleisch, das sehr dünn abgeschlagen war. So werden wir dann mit Salz und Gewürzen bestreuen. So machen wir weiter. Er hat sehr viel dünnes Fleisch abgeschlagen und etwas musste mit ihm mit diesem Fleisch gemacht werden. Und der Restaurantdirektor hat ihm gesagt, du sollst dich drehen, wie du willst. Du musst ein Gericht aus diesen dünnen, aus diesen dünnen Stücken ein Gericht machen. Und so erfand er ein so einfaches Gericht, das er aus diesem Fleischrollen machte, die er dann anbraten und löschen ließ. Hier beginnen wir weiter. Wir nehmen unsere grünen Gurken, die gesalzen sind, oder besser gesagt, sie können gesalzen, gesalzen, wenig gesalzen sein, wem sie gefallen. Wir fangen an, sie mit so interessanten Strohhalmen zu schneiden, wir schneiden sie ordentlich. Dann werden wir diesen Strohhalm noch in zwei Teile teilen, damit er in unsere sogenannten Rollen passt. Dann schneiden wir die Zwiebeln natürlich in Würfel, wir schneiden sie zum Braten, weil wir diese Zwiebeln in Zukunft zusammen mit unseren Gurken, die mit einem so interessanten Strohhalm geschnitten wurden, braten werden. Wie üblich, schneiden wir die Zwiebeln so in Würfel, erhitzen die Pfanne und jetzt werden wir zuerst die Zwiebeln darin braten. Drei weitere Käsesorten, das ist sicher auch einer unserer Toppings. Wir haben drei Käse auf einer großen Reibe. In einer vorgeheizten Pfanne fangen wir an, unsere Zwiebeln zu braten. Zwiebeln anbraten. Nachdem die Zwiebeln eine goldene Kruste haben, fügen wir ihnen unsere Gurken hinzu. Wir fügen Gurken hinzu, die auch gebraten werden, um die gesamte Feuchtigkeit aus Gurken und Zwiebeln zu verdampfen. Das wird unsere coole Füllung sein, die wir haben werden. Dann nehmen wir die Butter und schmieren unser Kutelett zur Vorbereitung ein wenig ein, damit es weicher ist. Wir legen Gurken, gebratene Zwiebeln auf, dann ist diese Zutat keine klassische Zubereitung. Wir legen koreanische Karotten auf koreanisch auf, legen den Käse auf und wickeln ihn in eine Rolle. Wir nehmen einen Faden, ich werde ehrlich mit dem Faden sagen, ich habe es übertrieben, aber ich rate Ihnen, etwas Faden zu nehmen. Das ist die Schönheit, die wir bekommen haben. Wir erhitzen die Pfanne und fangen an, unsere Gurken von beiden Seiten zu einer goldenen Kruste zu braten, damit sie bei uns ein schönes Aussehen bekommen, ein knuspriges Aussehen haben und alles darin backen. Das ist so eine Schönheit, die wir bekommen haben, um verrückt zu sein. Gehen wir weiter. Wir gießen ein wenig Wasser auf den Boden und köcheln für etwa 30 Minuten. Wir decken mit einem Deckel und allen guten Appetit ab. Nun, Freunde, es ist an der Zeit zu versuchen, was uns passiert ist. Lass es uns versuchen. Sieht gut aus. Die Gurken sind in Tiraspol erfolgreich. Es ist für Männer nicht schwer zu kochen. Es wäre ein Wunsch nach etwas Geduld und guter Laune. Wir sehen uns. Tschüss.